Die Hochschule Reutlingen ist heute ins neue Semester gestartet, unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet für die Studierenden eine Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht. Praktische Lehrveranstaltungen werden in den Werkstätten und Laboren auf dem Campus abgehalten, ebenso Vorlesungen mit wenig Teilnehmern. Um die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gewährleisten zu können, würden zusätzliche Zeitfenster geschaffen, heißt es von Seiten der Hochschule. Vorlesungen mit größerem Publikum sollen online stattfinden.